ich glaube das kennt jeder dieses thema dass sich einfach mal frustriert fühlen sich einfach deprimiert fühlen und eigentlich gar nicht wissen wieso überhaupt und dann gibt es wieder dann gibt es wieder die momente fühlen wir uns super da fühlen wir uns on top of the world und unbesiegbar und dann kommen wieder momente längere momente hello hello guten morgen perioden wo du einfach denkst was soll alles hier was soll das warum bin ich hier warum nichts funktioniert alles ist schwer und vor allem niemand versteht mich ich habe das gefühl ich bin komplett allein auf dieser welt ich habe das gefühl ich gehöre nirgendwo dazu ich habe das gefühl ich bin absolut unpassend weil scheinbar ist alles was in dieser welt passiert anders wie ich mir das vorstelle anders wie ich das gerne hätte alles was ich beobachte alles wo wo ich bin irgendwie ticken die uhren anders irgendwie scheint das leben für viele anders zu funktionieren als für mich und ich glaube dieses gefühl dieses gefühl kennen alle die 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 das video jetzt sehen und dieses gefühl ist scheinbar so ja mit mir ist was falsch ja dieses gefühl da draußen herrscht eine welt und ich finde keinen zugang ich finde keinen platz in dieser welt ich weiß nicht wie ich mich positionieren soll wer ich denn sein soll in dieser welt wer irgendwie egal was ich mir vorstelle welchen platz ich in dieser welt einnehme es fühlt sich nicht gut an es fühlt sich nicht gut an egal was was ich sein könnte in dieser welt oder was ich bis jetzt war in dieser welt und vor allem als ich mich als was ich mich gerade in dieser welt identifiziere es fühlt sich nicht gut an und ich habe das so so lange gehabt ich habe das so ewig lange gehabt und ich bin heute hundertprozentig überzeugt und sicher dass genau diese überzeugung genau dieses gefühl mich in die totale lähmung gebracht hat mich dazu gebracht hat dass ich nicht mehr mich bewegen konnte dass mein körper gelähmt war dass mein körper schmerzen voll schmerzen voll schmerzen gelähmt war dass jede bewegung mir wehgetan hat dass ich nicht stehen konnte dass ich nicht sitzen konnte dass ich nicht laufen konnte und das vor allem dass sich das immer verschlimmernd hat es hat sich nie 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 aufgelöst bis ich mich nicht bis ich es nicht in mir aufgelöst habe bis ich nicht in mir verstanden habe welcher platz hier in dieser welt für mich ist und was was für mich zu tun ist oder was für mich zu sein ist besser war ich gelähmt ich war gelähmt wie so ein reh im scheinwerferlicht und das war das hat sich natürlich dahin entwickelt und ich war mir auch niemals bewusst dass es solche auswirkungen hat im nachhinein bin ich mir komplett bewusst was ich geglaubt habe wer ich bin was für eine identität ich mir hier übergezogen habe in dieser welt was ich mir angezogen habe für einen schuh und mit welchen augen ich diese welt gesehen habe und ich habe mich gestern noch erinnert ganz kurz beim spazieren gehen vielleicht kennt ihr das auch wenn ihr da plötzlich so eine erinnerung schwirrt so rein so und ich bin gelaufen und ich war ich war so ich war so zufrieden ich war wirklich zufrieden ich war komplett im frieden und plötzlich kam mir diese erinnerung hey guten morgen andrea kam mir diese erinnerung dass ich wo ich das hotel noch hatte vor fünf jahren oder so dass ich da morgens hier rein hingelaufen bin und da war so eine große eingangstür und in der habe ich mich immer gespiegelt und ich weiß noch wie ich immer gedacht habe sie ist ja eigentlich ganz gut aus das ist ja eigentlich ganz gut aus habe ich gedacht und ich weiß dass ich mich das so schlecht gefühlt habe dass ich mich so ungenügend gefühlt habe dass ich dass ich gedacht habe also ich bin der letzte größte versager weil die mitarbeiter waren nie zufrieden die kunden waren nie zufrieden die gäste waren nie zufrieden irgendwo war immer ein herrte unzufriedenheit aus dem nichts heraus irgendetwas ich habe immer darauf gewartet bis der bis der nächste schuh fällt oder bis das nächste drama vom startet aus dem nichts heraus ich war oft in dieser hab acht position ja immer in höchster erwartung von irgendeiner gefahr von irgendeiner seite höchste erwartung von von irgendeiner schlechten nachricht von irgendeinem schock aus welcher seite auch immer und mein leben davor hat mir das natürlich auch immer bewiesen dass aus dem nichts heraus können dramen können schlimme dinge über mich hereinbrechen und ich habe scheinbar überhaupt nichts dafür also ich kann nichts dafür und ja das sind halt das ist einfach diese diese globale dieses globale gefühl dieses krasse gefühl irgendwas ist falsch immer ist irgendetwas falsch und immer gibt es strafe dafür immer passiert dann irgendwas schlimmes ich kann mich nie in frieden fühlen ich kann mich nie in frieden fühlen ich kann mich nie nie richtig fühlen weil ich habe gelernt dass genau dieses gefühl dazu führt dass irgendetwas schlimmes passiert und die die jetzt hier mir schon eine weile zuhören die wissen dass es genau das gegenteil ist dass es genau das gegenteil ist dass ich durch diese haltung durch dieses lebensgefühl durch diese identifizierung eines opfers einer einer ausgelieferten persönlichkeit die die einfach hier auf die welt geschwemmt worden ist und dem was da draußen passiert und in dem was sich im außen ergibt absolut hilflos schutzlos ausgeliefert ist und ja dann ist es halt so dann ist es halt so und mir ist es schon klar wenn mir damals jemand gesagt hätte hey du machst das alles selber das passiert alles in deinem kopf das passiert alles durch dein denken das passiert alles durch deine überzeugungen dann hätte ich wahrscheinlich nicht damit anfangen können obwohl ich so sehr auf der suche war einen ausweg zu finden eine lösung zu finden mich endlich gut richtig geborgen geschützt beschützt unterstützt und angekommen zu fühlen ich hätte alles dafür gegeben um endlich eine von denen zu sein die unterstützt angekommen geborgen geliebt getragen gewollt erwünscht ist alles dafür getan und ich habe mich verbogen und ich habe alles dafür getan und ich habe auch rebelliert und alles und nichts hat funktioniert und dann kommt diese verdammte depression du bist depressiv deprimiert deprimiert weil egal was du machst was du tust was du anstellst was du probierst wo du hingehst wie viel du bezahlst wie viel zeit du investierst das verändern nichts du bist gefangen und dieses gefühl auch von gefangen sein von sich nicht bewegen können dass das mein körper mir so krass eins zu eins wieder gespiegelt hat und oft ich meine erkenntnis habe ich warum fühle ich mich so gefangen warum kann ich mich nicht bewegen oder das steht doch in allen büchern drin warum kannst du nicht gehen warum kannst du nicht vorwärts gehen was hält dich zurück mein kopf nach antworten gesucht wie verrückt dann antworten gefunden ich kann mich niemand mehr erinnert an die antworten gefunden aber die einzig wahre antwort ist mich hält zurück zu glauben dass ich nicht in ordnung bin mich hält zurück zu glauben dass die dinge nicht gut genug sind die ich tue die ich mache sich besser sein muss all das all diese überzeugungen halten mich zurück die lähmen mich die setzen mich ins gefängnis und eine krankheit in der du dich nicht mehr bewegen kannst jede krankheit führt zum stillstand und dieser stillstand kommt aus dir heraus weil du nicht weißt in welche richtung du dich bewegen sollst weil du nicht weißt was du tun sollst weil du nicht weißt was richtig ist du weißt nur dass es sich alles so falsch anfühlt dass es sich alles sinnlos anfühlt dass es sich alles so anfühlt als würde nichts funktionieren was du auch anpackt und wenn dann funktioniert es nur einen ganz kleinen kleinen moment und nachher ist es wieder so deprimierend weil du bist all in du hast alles gegeben du bist gegangen und und es hat sich kurz gut angefühlt aber nur kurz und dann ist es halt wieder so gekommen dass es doch nicht geklappt hat dass es doch sich nicht verändert hat und warum weil du immer noch die alte bist weil du immer noch die alte bist bist in deinem denken weil du immer noch glaubst weil du halt immer noch glaubst dass irgendwas anders gemacht werden muss dass irgendjemand anders sein müsste dass wenn deine eltern anders gewesen wären wenn du eine andere ausbildung gemacht hättest wenn du wenn du das nicht gemacht hättest wenn du das gemacht hättest stattdessen weil du das halt immer noch glaubst und das ist deprimierend und der einzige weg raus ist zu erkennen warum du hier bist warum du wirklich hier bist und zwar du bist hier und viele suchen ihren seelen weg ihre seelen aufgabe ihren lebenszweck das ist richtig aber da ist nicht so groß unterschiedlich für uns alle weil wir sind ja alle gleich wir sind alle mit der gleichen intention hierher gekommen und zwar um herauszufinden dass der ganze bullshit der sich im außen spiegelt von uns verändert werden kann dass wir die veränderung sind dass jede einzelne es in der hand hat jeder einzelne es in der hand hat seine welt zu verändern indem er sich selbst verändert und zwar von diesem mensch der du glaubst der du bist wo du dich identifizierst über deine erinnerungen wo du dich identifizierst über deine erfahrungen über deine familie über deine herkunft über das was dir passiert ist über deine geschichte wenn du diese identifikation komplett aufgibst und erlaubst neu geboren zu sein als dieser wahre mensch der du als baby warst alles abschüttelst alles abstreifst und weißt und wirklich deinem verstand ganz ganz klar und deutlich machst dass es nicht mit der wahren identität von dir zu tun hat was du erlebt hast in welcher familie in welchem umfeld du aufgewachsen bist sondern dass es einzig und allein damit zu tun hast wer du entscheidest sein zu wollen und die basis dieses mensch seins ist in deine göttliche herkunft zurückzufinden und göttlich viele suchen suchen im quantenfeld die liebe die erfüllung ohne zu verstehen dass sie selber dieses göttliche quantenfeld sein können und sind und generieren weil alles in dem moment wo du wirklich wirklich wahrnimmst dass alles was für dich wahr ist was alles was für dich real ist für dich real es ist nur für dich real du bist der absolut hundertprozentige schöpfer deiner realität in dem was du für real annimmst und nichts und niemand kann dich zwingen eine realität für dich als wahr anzunehmen nur weil sie andere teilen nur weil andere eine geschichte an einer geschichte über dich festhalten musst du es nicht tun und alle menschen die ihr leben verändert haben alle menschen die erfolgreich sind alle menschen die ihren traum verwirklicht haben haben sie nicht von einer überzeugung festhalten lassen sie haben sich nicht von einer überzeugung dass es nicht geht dass es nicht für sie ist dass es nicht möglich ist festhalten lassen und solange wir uns festhalten lassen von alten überzeugungen über uns selber über das was wir sind über unsere identität wird sich nichts verändern und und dann sind wir deprimiert weil sich scheinbar nichts verändert aber diese veränderung kann von jetzt auf nachher dir so sonnenklar sein wenn du verstehst dass du dich einschränken und festhalten lässt durch deine gedanken durch die zusammenhänge die du einmal für dich festgelegt hast wer arm geboren ist wird muss arm sterben zum beispiel ich habe so angst etwas zu verändern wer angst hat der bleibt stehen ich kann nicht mit meiner angst weitergehen was auch immer wenn du weißt dass du hier bist um die welt zu verändern weil es kann doch nicht sein dass so viele menschen geboren werden um zu verzweifeln um deprimiert zu sein um sich ausgeliefert zu fühlen um sich ungeliebt zu fühlen um sich fehl am platz zu fühlen da muss doch ein sinn dahinter sein dann das muss doch einen sinn haben und ich bin hinter diesen sinn gestiegen dass der sinn ist in dir das wahre zu erwecken der sinn dahinter ist dass du verstehst dass das nicht das ist was für dich gedacht ist dass du verstehst dass du dafür gedacht bist ein gutes gesundes glückliches freies liebendes leben zu führen und wenn du das begreifst dass das dein lebenssinn ist und dass dein lebenssinn des weiteren das ist zu begreifen wo deine kreative macht und power ist wenn du in deine energie des schöpfens des schöpferseins des schöpfertums einsteigst und erkennst dass deine vorstellung deine vorstellung von dir von den anderen von der welt sich realisiert jede deiner vorstellungen hat sich bis jetzt realisiert punkt und wenn du genau dorthin schaust ganz genau und schaust warum sich dinge in deinem leben realisiert haben die guten und die schlechten dann musst du zweifelsohne zugeben dass du es dir vorgestellt hast dass es in deiner vorstellung war dass es in deiner erwartung war und wenn diese erwartung ganz ganz leise war eine erwartung ist eine befürchtung ist auch eine erwartung wenn dieses unangenehme gefühl da war wenn dieses gefühl da war irgendetwas stimmt nicht und meistens hat man dann gesagt ja irgendwas stimmt mit mir nicht alles ist richtig ich bin halt einfach nicht in ordnung aber die wahrheit ist irgendetwas stimmt nicht mit meiner wahrnehmung mit meiner vorstellung mit meiner erwartung deswegen fühlt es sich beschößen an und jetzt geht es wirklich darum zu erkennen dass du die erkennerin der erkenner bist und und dass das nicht mainstream ist dass diese power diese göttlichkeit diese kraft der vorstellung das hat schon der joseph murphy geschrieben aber das umzusetzen dazu arbeiten und diese kraft der vorstellung bestimmt und bewusst bestimmt und bewusst einzusetzen dafür sind wir hier das zu lernen und umzusetzen und einzusetzen in allen verschiedenen lebenssituationen auf ganz verschiedene individuelle arten und weisen und es ist etwas was uns mitgegeben worden ist das ist unsere schöpferkraft das ist die kraft die welten erschafft die welten schon immer erschaffen hat und wenn du ganz kurz raus schaust und guckst wie die meisten menschen denken was die meisten menschen glauben und was die meisten menschen erwarten dann weißt du warum das sichtbar ist im kollektiv was du sehen kannst aber du darfst aufhören dich im kollektiv zu reflektieren zuerst musst du dir deinen platz geben zuerst musst du dir das okay geben aus dem kollektiv aus dem kollektiven denken aus den kollektiven überzeugungen aus den kollektiven glaubensmustern auszusteigen und diese absolute göttliche perfekte wahrheit zu finden und diese wahrheit fängt genau da an dass du verstehst dass du perfekt bist und zwar nicht im sinne von perfekt 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 sondern im sinne von ideal du bist ideal fehlerfrei fehlerfrei dein denken hat fehler dein denken hat vielleicht fehlerhafte zusammenhänge gestrickt dein denken hat analysen gemacht hat hintergründe durchleuchtet durchleuchtet und ist zurückschlüssen gekommen die fehlerhaft sind weil sie fehlerhafte ergebnisse bringen okay aber per se dein wesen dein sein dein seinszustand ist nicht fehlerhaft es ist nicht fehlerhaft was du gelernt hast es ist nicht fehlerhaft dass du was nicht gelernt hast gibt es einfach keinen fehler dein wesen ist fehlerfrei per se und wenn du jetzt aufhörst diese denkfehler zu machen dann wirst du merken dass sich was verändert wenn du dein denken deine rückschlüsse deine erwartungen veränderst aber das schaffst du eben nur kontinuierlich wenn du weißt wer du wirklich bist und dass du dich nicht darüber identifizierst was mal war was mal sein könnte sondern dass du dich in diesen neutralen Zustand dieses ideal dieses göttliche ideal dieses perfekte was du als baby warst dass du dir diesen Zustand wieder zurückholst und dass du dir erlaubst zu sagen was möchte ich wahrhaben was will ich wahrhaben für mich was will ich über mich wahrhaben und was will ich über die Welt wahrhaben was will ich wahrhaben und das kannst du nur indem du aussteigst indem du dich komplett neutralisierst indem du komplett neu anfängst und dich neu kreierst ein neues ich aber dieses neue ich das du kreierst muss aus einem ganz reinen Zustand sein ohne Geschichten ohne Vergangenheit ohne Rückschlüsse ohne Zusammenhänge die dich irgendwie als nicht ideal als nicht perfekt beurteilen und so darfst du neu anfangen und so darfst du loslassen so geht loslassen weil du weißt du brauchst es nicht du kannst nicht Dinge loslassen von denen du glaubst du brauchst sie und wenn du das geschafft hast kannst du nach den Sternen greifen kannst du dir erlauben nach den Sternen zu greifen kannst du dir erlauben nach einer Fülle nach einem Luxus zu greifen Luxus ist für mich nicht irgendwelcher Prunk und Pomp sondern Luxus ist für mich pure Freiheit Luxus ist für mich zu entscheiden was mir gut tut Luxus ist für mich Liebe Freiheit ins Leben zu bringen und alles andere nicht haben zu müssen was sich nicht gut anfühlt was niederschwingend ist was mich traurig macht was mich deprimiert diese deprimierenden Gedanken muss ich nicht haben es tut keinem gut wenn ich deprimierende Gedanken habe über Dinge und Storys die im Außen passieren die mir im Außen erscheinen von denen ich nicht mal weiß ob es wahr ist ganz krass weißt du all das kannst du ganz sicher sein Byron Katie egal was du glaubst im Außen zu sehen kannst du ganz sicher sein dass es wahr ist zu hundert hunderttausend Prozent sicher sein dass es wahr ist dass die Erde kollabiert kannst du sicher sein dass es wahr ist alles was du siehst kannst du sicher sein dass die Folgen Konsequenzen und Zusammenhänge genau so sind du kannst niemals sicher sein und du brauchst auch nicht sicher sein weil du kannst deine Zusammenhänge kreieren du kannst deine Rückschlüsse ziehen und du kannst vorwärts gehen und ich weiß dass wir eine Macht und eine Kraft und eine riesengroße Power haben um alles zu verändern aber zuerst müssen wir uns den Mut nehmen unser Leben zu verändern und unseren Traum zu leben um ein Beispiel zu sein für Schöpfertum für reines wahres Schöpfertum erst geht es darum uns in das zu verwenden in das wir gedacht sind in unser absolutes Ideal unser Ideal was Leben Leben Zusammenleben Beziehungen betrifft was Finanzen betrifft was Geld betrifft jedes Ideal für uns zu erschaffen weil es liegt an uns es zu erschaffen es gibt keine Limits es gibt keine Einschränkungen nur im Kopf und was ist denn nicht leichter und was ist nicht schwerer als diesen Kopf zu verändern als dieses Denken zu verändern aber dann nützt nicht nur ein kleines Mindset Getweake das geht ganz tief bis in die letzte Zelle deines Körpers deine Überzeugungen und deinen Seinszustand so zu verändern dass es sich im Außen widerspiegelt wie du es haben willst und das spiegelt sich in deinem Bankkonto wieder das spiegelt sich in deinem Körper wieder das spiegelt sich in deinen Beziehungen wieder und wenn du deprimiert bist dann ist es weil du noch nicht den richtigen Weg das richtige Denken die richtigen Überzeugungen gefunden hast die dich glücklich machen es ist nur die Überzeugung es ist nur das was du glaubst was du bist es ist nur das was du glaubst was du verändern kannst und in dem Moment wo du kurz verstehst dass du nicht hier bist um rein zu passen sondern um zu verändern und um anderes vorzuleben und vorzumachen kann deine Depression weichen und du verstehst dass du hier bist für Großes um Großes vorzuleben um Schöpfertum vorzuleben um zu zeigen was alles möglich ist wenn der Mensch aufhört sich klein zu machen sich krank zu machen sich bewegungslos zu machen und zu versuchen in eine Welt zu passen in der er nicht reinpassen will in der sie nicht reinpassen will ich kann dich nur aufrufen hör auf zu versuchen rein zu passen gestalte gestalte und kreiere deins deins was für dich passend ist und du wirst sehen es werden so viele Menschen zu dir kalibrieren und zu dir von dir angezogen sein weil sie genau spüren dass du aus deiner Wahrheit heraus lebst aus deinem wahren sein und sie möchten wissen wie du es gemacht hast und sie kommen und es kommen die Richtigen aber du musst bereit sein alles zu loszulassen was dir nicht dienlich ist damit es sich verändern kann und da spreche ich auch von Menschen du weißt es es funktioniert so du musst nur diesen Mut haben diesen Weg zu gehen und ich bin den Weg gegangen und ich bin wirklich so dankbar mir so dankbar dass ich nie aufgegeben habe und es waren hunderttausend Mal hunderttausend Momente wo ich dachte es bringt ja nichts es nützt ja nichts es verändert sich ja nichts und bei meinen Klientinnen war das auch oft so und ich habe viele Frauen über mittlerweile mehr als zwei Jahre begleitet und irgendwann mal es ist anders irgendwann mal es ist anders und es wird anders sein wenn du nicht aufgibst es wird sich verändern aber du musst dabei bleiben es geht nur um dich du darfst einfach niemals aufgeben und du wirst nicht aufgeben wenn du das Prinzip verstanden hast wenn du das Prinzip unseres Seins verstanden hast das Prinzip wer wir alle sind wer wir als Mensch hier sind wenn du dieses Prinzip für dich verinnerlicht hast wirst du nicht aufgeben das ist eben das Schöne an diesem Prinzip der Wahrheit der absoluten Wahrheit unserer Göttlichkeit wenn du dieses Prinzip wirklich deinem Kopf beigebracht hast dann wird er gehen und nach diesem Prinzip denken fühlen und handeln und wird immer die Lösung finden und dieses Prinzip den Anfang dieses Prinzips lehre ich dir zu verinnerlichen in der Ausbildung zum Master of Divine Healing du kannst sofort anfangen und dieses Prinzip zu spüren zu erkennen diese Wahrheit in dir zu erkennen dass alles aus dir heraus entsteht und dass es außerhalb von dir nichts gibt was du nicht kreiert hast dieses Prinzip wirst du dort erkennen und merken wie alles in Heilung gehen kann alles in Transformation gehen kann und dann gibt es eine ganz krasse Möglichkeit kannst du den nächsten Samstag mit mir eine Woche in Ägypten verbringen auf einer Luxusjacht und dir ein Luxustreat geben und all dieses Wissen das ich mir in diesen ganzen Jahren habe innerhalb von einer Woche von mir bekommen diese Trainings gleichzeitig kannst du anfangen Kitesurfen zu lernen das ist für mich einer der besten Sports um loslassen zu lernen weil beim Kiten ist es tatsächlich so wenn du festhältst dann macht es echt weh und wenn du loslässt dann lässt dann passiert gar nichts und du lernst mit dem Wind dich zu bewegen fortzubewegen eins zu werden mit der Natur und das Ganze auf einer mega schöne Luxusjacht im Roten Meer schnorcheln Delfine sehen dich verwöhnen zu lassen mit gutem Essen und gleichzeitig dein Leben umzukrempeln Hammer Möglichkeit ist mir gestern eingefallen weil es hat noch zwei Einzelkabinen frei auf der Yacht kannst mitkommen ja und Master of Divine Healing mach das für dich sei dein Master sei dein Master deines Lebens heile dein Leben weißt dass du ein göttlicher Heiler bist weil du weißt es wir sind hier um Heiler zu sein wir sind alle Heiler wir wollen es heilen wir wollen eine heile Welt also wenn wir eine heile Welt wollen dann sind wir Heiler ja und dann kommen noch neue Programme wir machen die Frau die alles hat nochmal auf dieses Jahr da wirst du dich überraschen lassen können da gibt es vorher noch was ganz geniales da sind wir in Planung dann gibt es die 1 zu 1 Coachings vier Stunden bei einem der Mentorinnen ist auch noch verfügbar obwohl ganz viele jetzt gerade in der Türkei sind bei der Mürrivet und ein paar von dem Programm die Frau die alles hat sind auch in die Türkei geflogen um Grenzen zu sprengen um Grenzen zu überschreiten also es ist so mega was alles möglich ist wenn Frau Mann sich auf den Weg macht und wenn ich dich unterstützen kann ich freue mich so so sehr weil ich habe wirklich mir auf die Fahnen geschrieben ich möchte alle Frauen alle Frauen so befreien und wenn die Frauen ja frei sind dann werden es die Männer eben auch genau so ist es befreit euch befreit eure Liebsten eure Family und befreit die Welt dazu sind wir da und das kann nicht sein dass wir Everybody's Darling sind weil wer würde sonst merken dass wir da sind wir dürfen nicht untergehen wir müssen führen führen ist von vorne und vorne ist es halt manchmal nicht so voll die Spitze vom Marathon wie viel Sinn da wenn du einen Marathon anschaust wer wer führt wer führt im Marathon ein paar wo ist die Masse du bist aufgerufen um zu führen in deinem Bereich auf deine Art und Weise es gibt eine Weise wo du führend bist und diese Weise darfst du finden und auspacken und in die Welt bringen und diese Weise ist eben alleine erstmal oder mit wenigen nicht alleine aber mit wenigen und es werden mehr und mehr und mehr der Samen den Samen setzt du du musst den Samen setzen es ist deine Wahl es ist deine Entscheidung du setzt den Samen für deine Zukunft und ich kann dich nur ermuntern jetzt ist die Zeit das zu tun jetzt 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 genau jetzt nicht morgen nicht übermorgen es ist jetzt du kannst jetzt bei mir ins Kennenlern Gespräch buchen gehen bei mir bei den Mentorinnen ich kann den Link nochmal unten unter das Video setzen sonst findest du es auch ganz leicht auf mywellfeeling.com mywellfeeling.com Kennenlern Gespräch buchen und sprich mit mir sprich mit den Mentorinnen hol dir zumindest diese 20 Minuten Input diesen 20 Minuten habe ich schon Leben verändert die liebe Rima ist eine von denen die hat im Januar 20 Minuten bei mir gebucht jetzt ist sie eine wunderbare Mentorin hat schon so vielen Menschen geholfen und ist gerade in der Türkei das wäre nie möglich gewesen für sie das wäre nie möglich gewesen sie war bei mir in St. Moritz und sie war zu Hause eingesperrt gefangen mit ihrem Vater in der Vorstellung oh mein Gott ich habe komplett versagt dabei hat sie so viel schon gehabt sie hat so viel schon gehabt um zu teilen um weiterzugeben um zu helfen um ihrem Herzenswunsch nachzugehen nachzugehen aber sie hatte ihre alte falsche Identität die so aktiv war und jetzt weiß sie wer sie wirklich ist und sie zeigt es anderen Menschen und sie ist so eine geniale Mentorin wie natürlich jede andere auch ich werde versuchen mehr über die Ladies zu sprechen weil auch sie trauen sich noch nicht so drüber zu sprechen wie großartig sie sind und ich kann ihr eins versprechen jede in meinem Team und jede Frau überhaupt die ich auch noch nicht kenne und vielleicht auch du die ich dich nicht kenne du bist so großartig verflixt ich würde dich am liebsten wach rütteln mit diesem Video hoffentlich klappt es mir klappt es du bist großartig du musst raus in die Welt du musst führen du musst keine Angst haben den ersten Schritt zu tun du musst nicht Angst haben vorne eine Weile lang alleine zu führen das ist einfach die Natur der Führung die ist nicht im Pulk ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag und alles alles Liebe ich freue mich von dir zu hören die Mentorinnen auch melde dich einfach mal zeig dich zeig dich der Welt wir haben Social Media das ist so cool wir haben alles was wir brauchen wir haben alle Unterstützung wir können der Welt zeigen wie sie wirklich gelebt werden will also bis dann Ciao wir können wir können die Welt schreiber sie die wir die die Vielen Dank.